Ja, so sehen Sieger aus. Wir gratulieren recht recht herzlich. Super gemacht, Robin. Wie ist dein Gefühl jetzt unmittelbar nach dem Sieg? Ich bin super froh natürlich. Mein erster Turniersieg... Fast wie ein Heimspiel für dich, he? Ja, war super. War echt toll hier zu spielen. Nicht nur die Holländer, aber auch die Österreicher. Es ist ein wunderschönes Publikum und ich bin froh, dass ich auch noch bin. Danke!